Moin, mein Name ist Christian Jägerfeld, bin 23 Jahre alt, linker Verteidiger des BSV Reden und bin seit 2008 beim Regionalligist. Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne den Verein sehr gut, habe auch früher als Kind immer die Handspiele angeguckt und jetzt spiele ich selber hier in der Regionalliga, das ist schon einzigartig für mich. Bis der E-Jugend war ich in Reden, dann war ich fünf Jahre bei Werder Bremen, danach war ich ein Jahr B-Jugend bei Blau-Weiß-Lohne, dann war ich ein Jahr beim VfB Oldenburg in der E-Jugend und seit 2008 bis heute war ich beim BSV Reden. Ich bereite mich eigentlich gar nicht vor, ich versuche einfach früh schlafen zu gehen, viel zu essen, morgens auch früh aufzustehen, Mahlzeit zusätzlich zu nehmen und dann gehe ich zum Spiel. Was heißt Hobby? Ich arbeite acht Stunden, mache eine Ausbildung bei Cross-Catering, danach haben wir meistens immer Training und viel Hobby bleibt halt nicht. Wenn wir mal Freizeit haben, mache ich was mit meiner Freundin, gehe ich shoppen. Gareth Bale, weil er einfach für mich ein Top-Spieler ist, wie er die hoch und runter die Linie hoch rackert, Tore schießt, einfach ein guter Typ. Habe ich im Moment gar nicht, ich höre meistens nur Black Music, was gerade so innen ist. Beides. 1-0, weil als Defensivspieler ist es viel besser, wenn man zu 0 spielt, sagen wir es mal so. Playstation, weil ich von Kind auf halt immer Playstation gespielt habe und ja, deswegen. Diese Saison in der Regionalliga bleiben.